Bei dem Grundstück, wo ich mit dem Eigentümer bin, das war in der ursprünglichen Zone der Beweissicherung im Planfeststellungsverfahren nicht mehr drin. Wir haben dann während der Erörterung, die damals stattgefunden hat, noch im SI den Antrag gestellt, dass es nicht auffüllen wird und das hat die Bahn zugesagt. Also da waren die gar nicht zifferlich, die wollten natürlich diesen Tagesordnungspunkt nicht rot aufblasen, sondern sagen wir haben ja, unser Grundstück und auch ein benachbares Grundstück. Also es gibt nur noch die Möglichkeit, dass sie der Bahn steigen, sie haben besondere Befürchtungen und man möge doch die Beweissicherung machen. Was dann auskommt, ob die sagen, ihr freut uns mal oder ob sie sagen, ja voll machen wir, das bleibt offen.